Ja, gut und soweit. Klappe. Klappe, ja. Ja, guten Tag, mein Name ist S. Regen und das ist Herr Pappik von Element of Crime und wir sind hier, um ein Unboxing-Video zu machen. Man macht das, weil normalerweise alle ihre neuen Alben rausbringen und sie bringen sie in irgendwelchen Holzboxen raus, unter anderem auch. Ja, sie sieht ein bisschen aus wie eine Holzbox, aber das erkläre ich gleich. Die Sache ist so, die machen also immer diese Holzboxen und dann haben sie da Mützen drin und Schals und Handschuhe und sowas. Aber wir haben das nicht, weil Richard Pappik hat gesagt, nein, er hat nein gesagt. Er hat gesagt, er will das nicht, er findet das nicht gut. Sticks vielleicht hat er gesagt, aber nicht jeder, das sind Schlagzeuge. Was wir hier haben, man soll sich von der Tüte nicht, die gehört nicht dazu, nicht täuschen lassen, ist das entsprechende Sonderformat von Element of Crime. Nämlich, ja, hier, wir zeigen das mal so ins Licht. Das ist aber schön. Das ist die CD in ihrem Sonderformat von Element of Crime. Hier ist ein bisschen Staub drauf. Man sieht, es ist eine sehr schöne Sache geworden. Wir fangen das gerade zum ersten Mal aus. Ist das ein Buch oder ist das eine CD? Das ist jetzt die große Frage. Was solltest du sagen, Richard? Das sieht aus wie ein Buch. Aber es ist kein Buch, weil es keine ISBN-Nummer hat. Und auch, ja, es ist nur ein Buch, wenn es eine ISBN-Nummer hat und wenn es dann auch Buchpreis geboten ist. Dies ist eine CD. Das ist weg. Dies ist nämlich eine CD mit einer, wie soll ich sagen, exzentrischen Verpackung. Ein paar Postkarten sind auch dabei. Kannst du deiner Mutter schicken zum Beispiel. Ja, sehr schöne Postkarten mit sehr schönen Textausschnitten drauf und so. Hier ist dann die CD so drin. Ja. Aber was ist das Besondere an dieser Verpackung? Gut, dieses Format ist klar. Normalerweise CDs sind nur so groß. LPs sind irgendwie so groß. Aber die CD in ihrem Sonderformat sieht so aus. Dafür ist sie aber auch sehr dick. Schau dir das an. Hier. Da sind nämlich, ne, und das ist dann dieser Songbook-Charakter. Ist dann hier Musik, ne, von dem Lied. Und hier ist der Text. Und da sind hier auch Bilder. Hier sind große Bilder, kleine Bilder. Es ist hier zum Beispiel das Blechblas-Instrumenten-Arrangement von Ein Brot und eine Tüte zum Beispiel. Ist da als Skizze mit reingenommen worden. Also auch wertvolle Faksimiles. Hier sind tolle, schöne, große Bilder. Was sagst du denn dazu? Würdest du das zum Beispiel dann gleich nachspielen wollen schon, oder? Ich würde mir erst mal ein paar bestellen. Das sieht so schön aus. Kann man eigentlich gar nicht genug haben. Hier zum Beispiel Effektgeräte von Jakob. Mit ihren Einstellungen auch. Siehst du hier. Einfach mal ein paar bestellen. Kannst du gerne. Weißt du sofort, was der für Tricks drauf hat mit seinen Effektgeräten. Hier sind die, hier, die Paläom-Schlesische Chitur, die Blechblas-Instrumenten. Das ist eine tolle Sache. Ja, dann hast du hier. Und vorne ein Vorwort noch, sehr wichtig. Ja, das ist die Songbook-Edition der neuen LP-Scharfe Monster und Mäuse von Element of Crime. Die aber, die kann man jetzt schon vorbestellen. Kann man jetzt vorbestellen. Hast du schon welche vorbestellt? Ich muss das unbedingt heute nachholen. Ich muss das auch mal ganz schwiebel eigentlich. Aber die werden dann ab dem 5.10. werden die ja veröffentlicht. 5.10. Und dann habe ich ja nicht schon erwähnt, dass wir hier im Backstage-Bereich vom Dreisatz-Zelt-Festival sind. ZDF. Ja, der letzte, vielleicht der letzte schöne, warme Tag irgendwie. Egal. Das kann man jedenfalls ab dem 5.10. kommt ja das neue Album von Element of Crime. Und das ist das Sonderformat, das wir hiermit aber sowas von unboxed haben, dass man es kaum glauben mag. Sollen wir Schluss machen? Dann wirst du die Schlussklappe schlagen, Richard. Ich sage, tschüss.